Entstehung der Alkoholsort Geschätzte 340.000 Österreicher sind alkoholkrank. Nahezu jede vierte Erwachsene konsumiert Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Alkohol wird mit 60 Krankheiten in Zusammenhang gebracht und verursacht etwa ebenso viele Todesfälle wie Bluthochdruck. Die Lebenserwartung von alkoholabhängigen Menschen ist gegenüber der Durchschnittsbevölkerung um 20 Jahre reduziert. Trotz der erheblichen Probleme, die eine Alkoholkrankheit mit sich bringt, nehmen nur etwa 10% der Betroffenen therapeutische Hilfe in Anspruch. Die Übergänge von Genuss, problematischem Konsum und Abhängigkeit sind fließend. Die Entstehung einer Alkoholabhängigkeit ist immer multifaktoriell. Von Bedeutung sind, soziale Faktoren, Familie, Freunde, Arbeitsplatz etc., psychische Faktoren, zum Beispiel Alkohol als Angstlöser, genetische sowie biologische Faktoren, familiäre Häufung, körperliche Veränderungen durch Alkoholkonsum im Rahmen eines Suchtgedächtnisses, das sogenannte Suchtpotenzial einer Substanz, das heißt die Fähigkeit, abhängig zu machen. Wie entwickelt sich Alkoholkrankheit? Die Entwicklung der Alkoholkrankheit kann in Phasen verlaufen. Nach dem gängigen Modell von Elvin Morton-Jelinek unterscheidet man vier Phasen, für alkoholische Phase. Gelegentliches bis häufiges Erleichterungstrinken wird immer mehr zum Ersatz für andere Problemlösungsmöglichkeiten. Das Entlastungstrinken wird allmählich zur Gewohnheit und zwangloser Alkoholkonsum geht ein Missbrauch über. Einleitungsphase In dieser drehen sich die Gedanken des Betroffenen verstärkt um Alkohol, der immer mehr ins Zentrum des Denkens und Handelns rückt. So kommt es in weiterer Folge zum heimlichen Trinken, es werden größere Alkoholvorräte angelegt und gut versteckt. Ist von Alkohol die Rede, versuchen die Betroffenen dem Thema auszuweichen. Zudem treten aufgrund des Trinkverhaltens vermehrt Schuldgefühle auf. Kritische Phase Zunehmend kommt es zum Kontrollverlust über das Trinken. Menschen in dieser Situation versprechen zwar oft Abstinenz und versuchen diese auch einzuhalten, was ihnen auf Dauer allerdings nicht gelingt. Deutliche Veränderungen in der Persönlichkeit können zu häufigeren Konflikten im privaten wie beruflichen Bereich führen, Wechsel des Arbeitsplatzes. Der Alkoholiker lebt in dieser Phase den Selbstbetrug und verliert dadurch den Kontakt zur Umgebung. Erste körperliche Konsequenzen, wie Hände zittern, Schweißausbrüche und sexuelle Störungen, treten auf. Chronische Phase Jede Form von Alkoholiker wird getrunken, es kommt zu tagelangen Vollräuchen und massiven Beeinträchtigungen der Wahrnehmung. Die organischen Störungen nehmen zu, eine deutliche körperliche Abhängigkeit und der rasche soziale Abstieg prägen diese Phase. Warum wird man alkoholabhängig, und ist man selber schuld? Wie schon erwähnt, ist der Alkoholkonsum in Österreich ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Es gibt kaum einen Anlass, bei dem nichts zum Glas gegriffen wird, und auch hinsichtlich der Menge gibt es kaum Einschränkungen. Noch immer wird der Genuss von Alkoholiker als männlich, lässig und erwachsen empfunden. Anderseits wird der Alkoholiker aber sozial geächtet und als willensschwache, haltlose und sprunghafte Person angesehen. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, betrachtet den Alkoholismus als Krankheit und sieht deshalb die Verhaltensweisen und Merkmale des Alkoholikers als Ausdruck seiner Störung. Was jedoch nicht bedeutet, dass er frei von Verantwortung für sein Tun ist. So ist es wichtig, den Alkoholiker weder als Täter, die Krankheit sucht nimmt ihm den freien Willen, sich für die Abstinenz zu entscheiden, noch als Opfer. Es ist seine Verantwortung, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um seine Störung, mit Hilfe, zu überwinden, zu sehen. Die Gründe, warum manche Menschen abhängig werden und andere nicht, sind noch nicht gänzlich geklärt. Klar ist, dass einerseits neben körperlichen Voraussetzungen auch Persönlichkeits- und tiefenpsychologische Faktoren, neurotische Störungen, Ich-Funktion-Defizite, Autoaggression, eine wichtige Rolle spielen. Andererseits nehmen sozialpsychologische Umstände, wie die Verankerung des Abhängigen in der näheren und weiteren sozialen Umgebung, Familie, Freunde und Arbeitsplatz, und die gesellschaftliche Haltung gewissen Rauschmitteln gegenüber eine Schlüsselrolle ein. Die Wahrscheinlichkeit von Kindern alkoholabhängiger Elternteile, selbst eine Abhängigkeit zu entwickeln, liegt dreimal höher als bei Kindern nichtabhängiger Eltern. Die scheint auf den oben beschriebenen Faktoren zu beruhen. Eine vermutete genetische Ursache konnte bislang nicht bewiesen werden. Dieses viele Faktoren umfassende Ursachenbindel macht klar, dass dem Alkoholiker eine individuelle Betrachtung und Behandlung zukommen sollte.